Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lost in Random, der Danny Spieters. Ich bin so verrückt nach dem Game, dass ich jetzt unbedingt weitermachen muss und ich will euch auf jeden Fall daran teilhaben. Und wir sind ja gestern da stehen geblieben, dass wir jetzt diese drei Typen finden müssen, denen wir was fragen müssen, damit wir mehr über Oma erfahren und genau da machen wir jetzt weiter und ich würde mal fragen, dass wir jetzt die beiden hier mal befragen, wo dieses Fragezeichen ist. Ah ja, das haben wir dann auch erledigt. Schallblub. Beschwöre einen gefürchteten Blub, der schreit, wenn er angeschossen oder getroffen wird. Der Schreit zerstört alle Kristalle in der Nähe. Nach 30 Sekunden wird er aus dem Spiel entfernt. Na dann. Dann machen wir mal weiter hier. In Vierburg. Ach, hier haben wir wieder ein Game. Tja, ich wünschte, das wird wieder ein längerer Kampf hier. Gehen wir es an. Ah ja, unser Auftrag. Ziel dieses Spreadspiel ist es, das Ende zu erreichen und die verbliebenen Gegner zu besiegen. Ab und an erscheint eine Karte, der ein Gegner entspringt und deine Spielfigur aufzuhalten. Um deine Spielfigur aufzuhalten, hast du diesen Gegner besiegt, verschwindet die Karte wieder. Landet die Spielfigur auf diesem Feld, erscheint eine Haltbarkeitsblase. Die Haltbarkeit jeder Waffe, die in dieser Blase getragen wird, regeneriert sich. Ah, sehr schön. Na dann. The playing piece is blocked by an adversary. Destroy the adversary to advance. She's... She's still... No. Sehr schön. Den erzinnter sich. Haben wir erstmal volles Blatt. So, das brauchen wir noch nicht, das brauchen wir noch nicht. Das sieht gut aus. So, das ist gut aus. So, das ist gut aus. Schade, die kann ich da nicht hinpacken. Das ist natürlich jetzt doof. Was anders. So, das ist gut aus. Na also, geht doch. Oh. 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 Mist, verdammt. Da sind auch Pfeile genau die. Die Blöcke hat sich verletzt. Das Spiel kann jetzt weitergehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020 Erkunde die ZDF, 2020 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 Die ZDF, 2020